Leute, was geht? Du lässt mich kommen zu einem neuen GTA-Video. Lass dein Like da und lass dein Abonnenten, das wird mega nice, Leute. Denn heute machen wir ein krasses Zeitgezig und zwar für heftige Iron-Man-Autos, Leute. Und heftige Sonic-Autos. Was geht mit Russik? Ich bin nicht Russik, ich bin Sonic, Mann. Du bist nicht Russik, oder was? Warte mal, kann ich dich boxen? Ja, komm, hör mal. Aua, aua. Mit das, was geht? Ich bin Sonic, hallo. Ich bin Iron-Man, guckt mich an, Leute, wie krass ich einfach aussehe. Ich bin Sonic. Wow, Leute, heute werden wir diese Autos verstecken und dann mit den Autos richtig heftige Battles machen. Let's go, Russik. Ich würde sagen, ich verstecke mein erstes Auto. Hey, was machst du da? Hey, lass mich los. Ich bin jetzt von alleine, ich komme hier nicht weg, Mann. Ciao. Oh, Leute, ich komme hier nicht weg von alleine. Oh, nein. Oh, jetzt ist sie weg. Hey, hör auf, mich zu überfallen. Ich bin fast down, Mann. Ich dachte, du wärst Iron-Man. Wie kann Iron-Man sterben? Ich bin Iron-Man, ich bin krass. Warte mal, hast du schon mal Iron-Man mit, äh, Sonic mit Iron-Man-Fähigkeiten gesehen? Nein, nein, was meinst du denn? Was laberst du? Das kann doch Sonic gar nicht. Noch nie? Nein. Guck mal. Was hast du da auf einmal? Wie machst du das? Hä, guck mal. Siehst du nicht meinen Rücken? Das, steig mal aus. Guck mal, das hast du auch. Ja, das hab ich auch, Bro. Warum siehst du so aus wie ich? Aber weißt du, was der Unterschied ist zwischen dem Sonic und dem Iron-Man? Was ist der Unterschied, Russik? Verdächtig, verdächtig, verdächtig. Hä? Was? Oha, wie machst du das, Mann? Leute, ich muss hier weg. Ich muss schon mein Auto verstecken. Let's go. Oh, nein, nein, nein. Ich hab richtig Angst auf Sonic, Leute. Ich muss jetzt das erste Iron-Man-Auto verstecken, Leute. Let's go. Dass Russik das nicht findet. So, warte mal. Wo versteck ich mein erstes Auto? Boah, ich hab ne gute Idee, Leute. Echt? Hä? Russik, du darfst für dich zuhören. Ich büte mich gleich. Let's go. Wie? So, Leute, ich hab mich jetzt gebühtet. Und zwar werde ich mein erstes Auto hier auf dem Schiff verstecken. Und zwar muss ich jetzt F9 drücken. So. Und dabei wird das erstmal frozen place, Leute. Lass das Auto standhalten. Und dann verstecken wir das Auto. Oh, ich hab, glaub ich, einen richtig guten Spot. Und zwar einfach hier hinten das erste Auto, Leute. Das ist dann schon mal versteckt. Sehr gut. Und jetzt gehen wir vor mit Iron-Man zu den anderen Autos. Russik, wie läuft's bei dir so? Ich hab mein erstes Auto versteckt. Und du? Sehr gut. Ich hab auch mein erstes Auto versteckt. Ich verstecke jetzt mein zweites Iron-Man-Sonic-Auto. Let's go. So. Wo versteck ich das Auto so, dass es Russik auf keinen Fall findet? Ich hab, glaub ich, ne gute Idee. Bro, ich mach heute aber richtig eklige Verstecke, ne? Hä? Du machst richtig... Ist das dein Ernst? Das ist ein richtig eklige Verstecke, oder was? Na ja, Bro. Denkst du, du hast gegen Sonic ne Chance, oder was? Hä? Natürlich. Ich bin Iron-Man. Ich hab natürlich ne Chance gegen Sonic. Nein, hast du nicht, Bro. Doch, Bro. Wirklich. Ich glaub dir. Ja, okay. Ich glaub dir, Bro. Okay, Leute. Ich hab jetzt mein zweites Auto schon versteckt. Let's go. Ich will nur noch zwei. Ich werd dich so fertig machen. Russik, du wirst sehen. Alter, Alter. Du bist so gut. Oh mein Gott. Wie kann das? Hä? Du bist doch bei deinem dritten Auto schon fertig, oder was? Nee, ich versteck's gerade. Oh, ich versteck jetzt gerade mein fettes Auto. Leute, der Havi. Der wird schwierig zu verstecken, weil das Auto so dick ist, Mann. Und ich muss alle Russik seine Verstecke finden. Das wird noch schwieriger. Ja, Bro. Das ist ja auch die Challenge beim Heiden-Sieg. Ich weiß. Um Gegner zu finden. So, Leute. Wo kann ich den Havi hinstecken? Oh, warte mal. Ich hab ne gute Idee. Wo Russik den vielleicht nicht so schnell findet. Ich muss ein gutes Versteck für den finden, weil es so ein dickes Auto ist. Oh, warte mal. Hier. Hier packe ich den rein einfach. Let's go, Leute. So, wieder mit der F9. Und dann parke ich den einfach hier rein, Leute. Hier bemerkt man den nicht so gut. So. Der wird jetzt hier reingesteckt. Perfekt. Das dritte Auto ist schon versteckt. Und jetzt kommt das wieder letzte Auto. Russik, ich hab... Hey, was fährst du mit meinem Auto an? Was willst du eigentlich? Ich will das Auto. Ich will das Auto. So, jetzt muss ich das noch verstecken, Leute. So. Mein letztes Auto. Vielleicht bin ich ja schon versteckt von dir. Werden wir den verstecken? Wer weiß. Das ist so geil. Guck mal. Sonic macht schon schlapp hier, Leute. Ich musste niesen, Bro. Du musst es niesen? Oh, nein. Nein. Ich seh nicht da vorne rumfahren. Bro, du rennst wieder ein schlechtes... Oha. Leute, da muss ich leider das verstecken, wenn der Russik da hinten ist. Da geh ich jetzt mal woanders hin. So, warte mal. Warte, wenn du... Dann hast du ja mein Versteck gesehen. Oh, Mann. Oh, nein. Wieso denn? Dann kann ich dich ja richtig fertig machen später. Hast du gesehen, wo ich es verstecken wollte? Nein. Nicht so richtig. Wieso? Ja, du hast es gesehen, Bro. Tu doch jetzt nicht auf unerfahrene Ente. Hä? Wieso denn? Ente. So, warte. Ich habe mein letztes Versteck gemacht, Leute. Und jetzt sind alle Autos versteckt. Alle Ironman Autos. Und ich habe teilweise schon vergessen, wo ich sie versteckt habe. Nein. So, jetzt bin ich gleich gespannt auf deine Verstecke. Hoffentlich kann ich mehr Autos von dir finden, als du von mir. Okay. Okay. Das sind unsere Motorräder. Mit denen werden wir jetzt die Autos suchen. Let's go. Bro, wie siehst du auf deinem Motorrad aus? Was geht bei dir ab, Mann? Fahr lieber weiter, bevor ich ausrasse. Dann haben wir uns verstanden. Okay. Ich fahre weiter, Russik. Ich werde jetzt dein Auto suchen. Vier Stücke hast du versteckt. Ich glaube, du hast richtig eklige Verstecke jetzt gewählt. Guck hinter dich. Was passiert da? Was ist da gerade passiert da hinten? Hilfe. Da ist alles explodiert. Was hast du getan, Russik? Hilfe. Bro, was machst du da? Hier ist mein Laser. Was hast du getan, Bro? Was hast du gemacht? Ja, ich habe... Bro, was machst du da? Ich habe ein bisschen Dings. Okay. Ich darf dir auch Fragen stellen, aber um dein Auto zu finden, ne? Ja. Okay. Hast du auf einem Schiff ein Auto versteckt? Nee, du? Ja, ich habe eins auf einem Schiff versteckt. Aha. Hast du ein Auto auf einem Kran versteckt? Hey, ich bin damit zu fragen. Ah, dann frag auf, muss ich fragen. Immer abwechseln. Immer abwechseln, Bro. Ja, ja. Ich warte schon. Ähm. Hm. Hast du ein Auto bei... Also jetzt nicht Schiffe, nicht die Schiffscontainer, sondern bei den normalen mittleren Containern? Nee, da habe ich kein Auto versteckt. Okay. Oh, mein Eis versteckt ist so oft, wie wir wüssten. Und dann ist das gar nicht gut. Bis jetzt habe ich so durchfahren. Oh, ich habe schon ein Auto von dir. Ich habe den RS6 gefunden. Wo war der? Der ist oben auf der Laterne drauf. Den hole ich jetzt erstmal runter. Der war einfach. Der war einfach. Ich glaube, die anderen Verstecke werden richtig eklig. Okay, das erste Auto habe ich schon mal sehr gut. Okay, warte mal. Das war erhöhte Position. Hast du bestimmt noch irgendwo am Hafenrand deins versteckt, oder? Ja, ja, klar. Am Hafenrand hast du auch eins? Was ist das für eine Frage, hä? Ich habe einfach so ja klar gesagt. Hä? Hey, du musst mir drauf antworten. Das ist mal eine Frage von mir. Am Rand des Hafens, so quasi außen. Ja, genau, am Becken, ne? Ja, ja. Wie am Becken? Das ist viel. Du kannst doch nicht solche Fragen stellen. Hä? Oha. Das ist so, wie wenn ich frage. Äh, bro. Das ist ja übelst einfach dann. Ja, ja, okay. Dann werde ich weitersuchen, ne? Ich habe was am Rand versteckt. Das reicht ja, Alstub. Du hast was am Rand versteckt. Okay, dann muss ich das. Aber ich habe dein Schiffsmobil gefunden. Nein, du hast mein Auto auf dem Schiff gefunden, oder was? Ja. Oh, bro. Weißt du, was ich gefunden habe? Ich habe dein Auto am Rand gefunden. Ich habe auch dein Auto am Rand gefunden. Was? Oh nein. Ist es so 3 zu 2, oder was? Und zwar ohne Gegenfrage. Hä? Wie 3, 2, 2, 2. Oh nein, 2, 2. Stimmt. Ich habe gerade schon gedacht. So, Leute. Jetzt habe ich auch das zweite Auto gefunden. Ja? Ente. Du kannst nicht zählen, Ente. Oh, es ist hart. Weißt du? Nee. Bis 3 zu 10 ist nicht hart, bro. So, auf jeden Fall den HW platziert. Das zweite Auto gefunden. Oh, ich habe noch eins. Was? 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 Was hast du noch gefunden? Der Auto steht hier einfach auf so einem Dinger oben drauf. Oh nein. Das war mein einfachstes Versteck. Und das hast du schon gefunden. Das heißt, du hast schon 3 Autos. Und du hast 2, Bro. Oh, ich habe erst... Oh, ich habe dein drittes Auto gefunden in der Garage an der Decke. Oha. Du hast darauf geachtet? Ja, ich habe darauf geachtet, Russick. Ich habe das zugelernt. Hey, was machst du da? Was crashst du da rein? Stark, Ente. So, drittes Auto auch gefunden, Russick. Jetzt stehst du 3 zu 13. Jetzt musst du noch ein Auto finden, okay? Ente, du bist krass. Ich habe dein letztes Auto gefunden. Du hast mein drittes Auto gefunden, oder was? Ja, das ist hier einfach unterm Ding. Also auch ein schwaches Versteck eigentlich. Nein, du hast mein viertes Auto gefunden. Und jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit, um das vierte Auto von Russick zu finden. Ja. Und es ist nicht irgendein Auto, sondern welches Auto musst du finden? Welches Auto musst du nicht finden? Das glaube ich, dass... Warte mal, ich muss überlegen, welches Auto muss ich noch finden? Ich muss zu den anderen Autos gehen und nachschauen. Ich glaube... Warte mal. Mir fehlt noch... Nein, mir fehlt das. Das ist ein Sonic-Auto. Ja. Ich habe Ironman-Auto und du hast nicht das Sonic-Auto. Nein, das ist gar nicht cool, weil ich muss das Sonic-Auto finden. Das ist gar nicht gut für dich. Okay, warte. Ist das Sonic-Auto auf einem erhöhten Platz? Ja, ist er erhöht, ha? Safe auf irgendeinem Dach oder so? Ist das schon wieder eine Frage, oder was? Nein, nein, nein. Es war einfach nur so. Ich muss überlegen, wo könnte das Sonic-Auto sein? Ich glaube, ich finde das nicht in der Zeit. Nein, nein, wenn du das Sonic-Auto... Du schaffst das, Ente. Du schaffst das. Also auf einem Schiff ist es nicht, aber es ist erhöhte Position. Darf ich jetzt überhaupt noch Fragen stellen? Ja. Oh Mann, Leute, ich muss das Sonic-Auto finden, weil sonst ist das ganze Ding hier gelaufen. Wo könnte das sein, Mann? Ich gucke hier schon immer alle bei den Containern. Du hast eh schon genug Autos für Challenges. Ich weiß, ich weiß, aber ich will das Sonic-Auto noch finden, weil das ist so bis zu P. Nein, es ist nicht bei Containern. Es ist nicht bei Containern. Falsch, komplett falsch. Okay, komplett falsch. Es ist nicht bei Containern. Nein, nein. Wo kann es dann sein? Es ist bestimmt in irgendeiner Halle oder so. So, warte mal. Nein, auch keine Halle. Was, was, was? Du kannst weiter jetzt nicht. Sag einfach immer nein. Du sagst dann immer nein, oder was, wenn ich falsch liege? Ist es bei einem Kran? Nein. Hä? Ist es auf einem Gebäude? Nein. Hä? Was? Wo kann es dann versteckt sein, Leute? Weiß nicht, Bro. Ich muss nicht überlegen, es ist bestimmt nicht, warum Parkplatz einfach geparkt oder so. Nee, aber du bist echt blind, Ente. Hä? Wieso echt blind? Also du hättest das Auto schon 20 Mal sehen können. Hä? Warte mal, ich muss überlegen, Leute, das ist nicht gut, man. Ich werde so abstellen gebettelt gleich. Also, Ente, du hast es nicht verdient zu finden einfach. Ich hab's nicht verdient. Also, du bist ungefähr viermal, fünfmal dran vorbeigefahren. Was? Als ob? Ja. Ja. Hä? Wo war das? Ich find's überhaupt nicht. Ja, du fährst jetzt in die falsche Richtung. Hä? Jetzt soll ich auch noch in die falsche Richtung, Leute? Ich bin komplett verwirrt. Ich weiß gar nichts mehr. Du bist halt eine Blindente. Wahrscheinlich schreiben dir schon die Zuschauer in die Kommentare, Ente, wie konntest du's nicht sehen? Hä? Wer hätte ich's wirklich sehen können, oder was? Ja, 100%. Bro, ich hab alle anderen Autos gefunden, aber das nicht. Wie kann das sein, Mann? Bro, ich weiß auch nicht. Du bist halt blind, bisschen Ente. Och, Mann, ey. Okay, ich geb auf, aber zeig mir wenigstens, wo es versteckt war. Komm mit, komm mit. Oh, nein, da waren wir doch gerade immer aufs Necke. Ja, ey, du bist schon viermal, fünfmal dran vorbeigefahren. So. Zeig her. Komm mit, komm mit. Nein. Oh, fahr mit, fahr mit. Nein. Okay, und? Und? Hä? Immer noch blind? Okay, dann fahren wir nochmal zurück, Bro. Hä, Bro, wo? Ich seh's nicht. Dann fahren wir nochmal zurück, Bro. Hä? Ich zeig's wirklich nicht. Okay, dann drehen wir noch eine Runde. Und jetzt wieder zurück, jetzt wieder zurück, wieder zurückfahren. Ja, ich komm, warte mal. Hä, ich zeig's gar nicht. Und jetzt, und jetzt fahr wieder die Straße entlang und? Ach, das ist da oben im Tunnel drin. Oha, wie gemein, Mann, das hab ich gar nicht gesehen. Oha, das ist nur eine ganze Zeit hier. Nein, Leute, ich werde jetzt so absticken im Bett, ey. Das ist komplett im durchsichtigen Tunnel fährst du da dann 50 Mal vorbei. Och, Mann, okay, Russik, dann machen wir als erstes das Sumo-Battle. Viel Glück, Bro, gegen Sonic. Oh, Leute, gegen das Sonic-Auto hab ich gar keine Chance im Sumo-Battle. Das ist viel zu OP, Mann, das Ding da vorne. Okay, im Sumo-Battle nehm ich, glaub ich, den Humi. Der ist super stark eigentlich, oder? Ja, ja, super stark. Super stark. Ich hab gar nicht so viel Auswahl, Leute. Obwohl, ich bräuchte eigentlich den RS6 im Sumo-Battle, glaub ich. Weil, der kann wenigstens vielleicht noch ein bisschen gegen das Sonic-Auto mithalten, Leute. Ja, vielleicht. Let's go, dann steig ich in den RS6. Let's go, ich bin bereit für das Sumo-Battle. Okay, Russik, bist du bereit für das Sumo-Battle? Ja. Drei, zwei, eins. Let's go, komm her, Mann. Und? Du stehst ja nur rum, was machst du? Hä? Hey, warte mal. Ich bräuchte ja nur die ganze Zeit ab gegen dein Sonic-Auto. Bro, ich glaub, du weißt nicht, was wer hier gerade gegen dich spielt. Hä? Wieso kann ich keinen Zentimeter bewegen mit dem RS6? Ja, Bro, das ist die Sonic-Funktion. Hä? Leute, das ist so unfair, Mann. Hey, Russik, ist das dein Ernst? Guck, ich bin die Schildkröte Sonic. Bro, du bist ein Panzer, ich kann dich nicht mal bewegen. Ich kann dich nicht mal ins Wasser schubsen. Lass du ein... Komm schon, bitte. Oh, nee, Entchen. Bro, ich kann dich gegen dein Sonic-Auto gewinnen. Oh, nee, oh, nee. Du cheatest doch. Oh, nee, balancieren, balancieren. Nein, du cheatest, Russik. Wie? Wie ich cheat? Oh, nee, Aua. Oh, nee, du hast dich mit Sonic angelegt, Ente. Bro, ich kann dich gegen das Sonic-Auto kämpfen. Wie soll ich dagegen gewinnen? Bro, das Sonic-Auto ist halt das schwerste Auto und es war eigentlich relativ einfach versteckt und ich bin froh, dass du es so blind warst. Bro, Mann, ey, das gibt's nicht. Soll ich dich jetzt rausschubsen oder willst du freiwillig sparen? Ich geh nicht freiwillig sparen. Vielleicht kann ich dich doch noch irgendwie besiegen. Nein, ich bin einfach runtergefahren. Was ist das denn? Och, Mann, ey. Okay, ich bin bereit für die zweite Runde. Let's go jetzt mit voller Geschwindigkeit. Und komm schon. Leute, nein, 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 nein. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Du weißt ja gar nichts. Du bist einfach nur eine Schildkröte, Russik. Ente. Du Feiglinge. Ich? Okay, komm, Ente. Hä? Ich hab nicht mal... Okay, Ente. Ja? Wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Klick, 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 klick. Okay, Russik, komm, 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 bitte. Ich muss nur eine Chance haben mit dem Auto. Wie kann ich das schaffen? Gar nicht, Bro. Gib doch einfach auf. Oh, warte mal. Oh, was war das gerade? Ente, gib doch einfach auf, Bro. Bro, komm doch einfach her. Schubst mich ins Wasser. Komm, schubst mich, schubst mich. Okay, ich nehm einen brutalen Outlook. Ich nehm einen brutalen Outlook. Komm, 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 komm. Komm, ich könnte ja, komm, und... Ah, ja, du bist im Wasser gelandet. Haha. Eins, eins, Russik. Ja, okay, eins, eins. Komm, nochmal. Komm, let's go. Ich bin ready. Okay, komm. Äh, Bro, ich warte... Ich warte doch mal hier, Bro, weißt du? Bro, ich bin gerade nur rausgefallen, weil ich während des Fahrens diese Dinger hochgefahren habe. Aha, ja, ich hatte dich auch gesagt als Ausrede. Nein, 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 Russik. Russik, Bro, 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 bitte, 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 Bro. Nein, nein, das musst du nicht sein. Nein, Leute, ich hab verloren. Ja. Okay, Russik, let's go. Jetzt machen wir das Race Battle. Okay, dann nehm ich den Audi. Oh, ich nehm den. Das Ironman-Auto, Leute. Hoffentlich ist der schneller als der Audi, ich weiß es nicht. Hey, August, rammst du mich hier? Okay, wohin rennen? Wohin machen wir ein Rennen? Ich überleg gerade, okay, warte mal, Russik. Wir machen ein Rennen. Komm hier mit. Hört dich zu mir, wir starten hier. Das ist ein guter Start. Okay, warte, ich popp' mich zu dir. Okay, Russik, bist du bereit? Ja, wohin fahren wir? Ich hab's markiert, Bro. Ja, schön, und ich? Du musst mir sagen, wohin? Zu blauen Dollar-Note fahren wir. Also zur Bank. Genau. Danke, gut, dass du es markierst, wenn du nicht sagst, was ich markieren soll. Okay, drei, zwei, eins. Let's go. Und ich fahr los, Leute. Oha, das Ironman-Auto ist ja doch richtig schnell. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so schnell ist. Alter. Oh nein, nein, ich bin schon im Trash. Ich bin schon... Nein, nein. Hey, nicht ins Wasser. Stopp's rustig. Dein Ernst, Mann. Nein, nein, nein. Der fährt doch raus, Leute. Das darf nicht sein. Oha. Ende, Ende, Ende. Bro, wo bist du R6 so schnell? Mann, übertreib doch halt. Nee, nee, deiner ist schneller. Safe. Aber ich klei die ganze Timo dagegen, Leute. Nein. Ja, Ende. Guck mal, das Ding ist, du hast ein schnelles Auto, aber du kannst halt nicht fahren, Bro. Bro, ich kann fahren. Natürlich kann ich fahren. Wo bist du, Ende? Guck mal, ich chill sogar hier. Ich chill sogar über das Übel. Ich seh dich. Ich seh dich noch da vorne. Guck mal, ich mach sogar langsam. Ich fahr gerade so voll locker. Nein, nein, nein. Und ich crash komplett, Mann. Ich kann mit dem Auto nicht fahren. Bro. Guck mal, ich crash gerade so langsam, die NPC-Autos weg, damit sie dir im Weg schliegen bleiben. Oh. Danke, Russik. Nein. Ich bin gegen den LKW geknallt. Nein. Musste ich dazu noch was sagen, oder? Dazu musst du gar nichts sagen, bitte. Ich muss dich überholen. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Bitte. Mhm, mhm. Nein, Mann. Nein, Mann. Ich kann nicht Auto fahren. Ente, wir sind gleich schon bei der Bank. Kommst du, oder nicht? Ich weiß, dass wir gleich bei der Bank sind. Ich bin hinter dir. Ich muss mein Bestes geben. Ja, nach rechts abwägen. Ja, nach rechts abwägen. Ich crash dich einfach. Ja, aber ich glaube, du crasht nicht mehr als mich. Nimm das. Komm schon. Oha. Und wieder gecrasht. Oh mein Gott, Ente. Hör, was für wieder gecrasht? Nicht in den LKW rein. Nicht crash dich in den LKW rein. Was denkst du eigentlich? Oh mein Gott. Du musst dir rechts abwägen, Bro. Ey. Ey. Ey, du hast dich übel weggezogen. Hast du gesehen? Nein, 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 nein. Ich bin geflippt. Ich bin geflippt. Oh mein Gott. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ich verliere so viel Zeit. So ein Time Waste, Mann. Nein, nein, nein. Ey, wo kommst du auf einmal? Nein, Rustig, bleib stehen. Nein, Leute. Rustig, warum kommen wir da? Ich bin sogar einen Umweg gefahren und in deiner Gnast war ich auch vor. Mann, Leute, das ist so ein Wischspiel gegen ein GTA-Profi. Bro, vielleicht im Shotout-Battle. Komm. Let's go. Okay, jetzt muss ich den Havi nehmen für das Shootout-Battle, Leute. Ich gebe jetzt erst mal Waffen. Weißt du, was das Schlimmste jetzt ist für Iron Man? Dass ich ihm im Shotout-Battle gleich einen Hitshot in seinem Auto gebe. Warte mal, Sonic ist doch so klein. Sehe ich überhaupt dein Head, Rustig? Oh, weiß ich nicht. Warte, ich mach dann meinen normalen Skin rein, lieber. Ich glaub nämlich, dass ich deinen normalen Skin nämlich gar nicht sehe. Mhm. So, warte. Okay, perfekt. Warte mal, ich mach dann auch meinen normalen Skin rein, Leute. Nein, 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 nein. Das passt, das passt. Lass Iron Man das rein. Hey, das passt. Iron Man für die große Hitbox, okay? Ich bin bereit, Rustig. Nein, nein, nein. Dieser Rucksack hinten ist keine Hitbox. Okay, sehr gut, Leute. Jetzt kommt das Shotout-Battle gegen Rustig. Bitte, ich muss jetzt gewinnen, Leute. Ich muss jetzt alles geben. Bist du ready? Ja. Okay, Rustig. Welches Auto hast du gerade genommen nochmal? Ja, das Iron Man, Lambo. Oh nein, jetzt hat er nur so ein schnelles Auto, Leute. Der Havi ist so löscht. Der ist so langsam. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Du siehst mich? Ich seh dich aber nicht. Wo steckst du? Ich seh dich, ich seh dich aber. Oh mein Gott, Ente. Oh mein Gott. Ich fahr nicht ran. Ich fahr nicht ran. Oh nein, 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 nein. Leute, nein, nein, nein. Komm, flip, 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 flip. Let's go. Komm schon. Und? Hast du Damage bekommen? Oha, Reifenblatt. Reifenblatt, sehr gut. Komm schon. Dann mach ich auch bei dir. Komm, ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich muss nicht rausschießen, ja. Kann ich mich schon von dir treffen? Geht gar nicht, oder? Weiß ich nicht, glaube nicht. Habe ich dich schon gehittet? Nee, mich hast du noch nicht gehittet, Bro. Dann wird's wieder Zeit, ne? Oh, 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 oh. Das hat weh. Hit, hit, hit. Komm schon. Let's go, Leute. Ich muss gewinnen. Ente. Mann, Ente. Das war's für dich. Ente. Nein, Leute. Ich hab heute alle drei Battles verloren gegen Sonic, Mann. Iron Man hat total versagt. Bro, Sonic ist besser. Leute, schreiben die Kommentare. Sonic oder Iron Man. Leute, Iron Man hat komplett versagt. Ente. Ja? Ente, guck mal, die Leute lassen jetzt ein Like. Aber weißt du, was mit Iron Man passiert? Was denn? Guck mal, warte, 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 warte. Äh, Iron Man, du bist nicht mehr würdig, Iron Man zu sein. Huh? Wieso denn? Siehst du das auf meinem Rücken, Bro? Was ist das? Was macht das? Ente, bleib stehen. Ich bleib stehen, Leute. Was hat der vor? Ente, guck mich an. Lasst ein Like da. Leute, abonnieren. Nein. Bis nächstes Video. Bootsel. Bootsel.